Hey Leute, willkommen zur nächsten Folge von All the Mods 9. Es geht weiter und heute schauen wir uns Immersive Engineering an. Denn um den All the Mods da zu machen, steht im Questbuch, müssen wir auch hier einmal Immersive Engineering durchgehen. Wir brauchen nämlich eine Railgun, sodass wir uns hier das Ding craften können. Viele Bauteile davon haben wir schon gemacht, aber brauche ich da nochmal einen Endexchanger? Wait a minute, habe ich da falsch geguckt oder? Ach ne, ich bin schon richtig okay. Okay, der Endexchanger kommt hier rein und hier unten kommt nicht der Endexchanger, kommen die anderen Sachen von hier. Okay, den habe ich gestern schon gecraftet. Wir sind aktuell sehr gut Progress und hier brauche ich nur noch die Speicherzelle und dann kann ich auch schon das Item machen. Also wir kommen dem Stern immer näher und näher und näher. Aber ohne Railgun geht nichts. Immersive Engineering ist auch mal so eine Mod. Ich habe die eine Weile lang nicht gemacht. Ich werde also ein bisschen durchgehen, parallel erklären, was wir alles machen müssen, um hier voranzukommen. Der Chat wird mir dabei helfen. Deswegen, ihr wisst Bescheid, immer Mittwochs bis Sonntags zwischen 19 und 20 Uhr geht der Stream auf Twitch los. Schaut vorbei, würde mich freuen. Dann machen wir live weiter und ihr könnt mal gucken, wie die Folgen aufgenommen werden. Alright, wir starten und ich gucke mal, dass ich irgendwie hier vernünftig reinkomme. Ach so, eine kleine Sache habe ich nochmal gemacht. Auch parallel, ich habe hier mal das Feld ausgetauscht mit dem Uran und allem, was hier drauf war. Ich habe jetzt hier mal Erde hin platziert und hier drüben auch noch Netherite Seeds gemacht. Oder Nether Seeds, nicht Netherite, Nether Seeds. Denn wir müssen hier für die Quest Master of Universe natürlich auch hier die endlos vielen Blöcke machen. Ich brauche 531.000 Erdblöcke. Obsidian habe ich fertig bekommen, habe ich eben gerade nochmal zusammengecraftet. Alles diese eine Seed hatte ich ausgereicht, das war gut. Gute Conversion Rate von den Essenzen zu den Obsidian Blöcken und so. Ich hätte sogar 2 hiervon machen können. Aber hiervon brauche ich eine halbe Million, da eine halbe Million. Hier unten dann noch Endstone nochmal und auch hier dann Dia und Emerald. Ich werde dann zusehen, dass ich demnächst über die nächsten Episoden hier verstärkt ein bisschen die Felder ausbaue, damit wir da ein bisschen weiter vorankommen. Weil das ist ja so ein bisschen schwierig hier. Haben wir noch ein paar mehr hiervon eigentlich? Komm her. Auf der anderen Seite könnten wir nämlich auch mal jetzt hier die Lillipads nochmal hinknallen, weil ich habe hier die Nether Seeds und die dürfen ruhig auch ein bisschen geboostet werden, Alter, ja. Warum wachsen die eigentlich hier nicht so arg schnell? Ich habe das Gefühl, dass die hier ein bisschen schwächer sind. Oder habe ich da gerade keine Gießkanne drin? I don't know. Ne, die sind eigentlich noch drin. Sollte eigentlich alles noch laufen. Hier hinten ist halt immer Instan voll. Und rechts habe ich das Gefühl ein bisschen weniger, vor allem das Netherite Zeug. Egal. Ja, wir sind mittlerweile so weit vorangekommen, dass wir die Hälfte... Ach Gott, jetzt ist doch... Ich habe aktuell das Problem, dass der Crafting Grid manchmal jetzt keine Items anzeigt. Das fängt an rumzubacken. Aber so viele Items sind das doch nicht hier, oder? Die kompletten Speichergeschichten. Oder ich muss den Controller nochmal abbauen. Ich habe das eben schon gemacht. Wenn das jetzt häufiger auftritt, dann wäre das ultra annoying. Woran liegt das denn? Habe ich zu viele Items im System? Kann doch eigentlich nicht sein, dass da zu viele Items sind. Oder vielleicht habe ich zu viele External Storages hier dran. Vielleicht hat er ja ein Problem, den External Storage zu erkennen, weil hier so viele Millionen Items außenrum liegen. Dass wir da eigentlich mal gucken müssen, ob wir ein paar abkapseln. Also Dinge, wo ich weiß, dass ich nicht mehr brauche. Wie zum Beispiel Tin Essence oder so. Dass wir das erstmal entfernen auch. Weil das ist irgendwie too much. Das verschwindet. Ich hatte eben Folgendes gemacht. Da bin ich hier hingegangen. Falls ihr das auch mal habt, den Controller abbauen. Dann geht's. Hallo? Dann Controller wieder setzen. Und dann wieder verlinken. Und dann dauert das einen kleinen Moment. Und dann tauchen die wieder auf. Also woran das liegt, ist jetzt mir noch fragwürdig. Naja. Ich hoffe mal, dass das wieder... Hat auch nichts mit dem Modi zu tun. Also das ist einfach komplett weg und wird nicht erkannt. Okay, also Kabel abbauen hat mal geholfen. Chat meinte, das ist so ein bisschen ein Schluck auf. Warum auch immer. Und hat jetzt aber keinen besonderen Grund oder so. Also ich hab mir mal die abgestompelt und trotzdem ging nix. Ich hab's wieder angeschlossen. Jetzt ist es wieder da. Also wollen wir hoffen, dass uns das nicht so häufig ärgert. Weil das ist ja auch nur eine Anzeige, was hier in dem Draw drin ist. Das geht ja gar nicht mal in ein System rein. Das ist ja kein X-Import und sowas. Aber naja. Dann haben wir noch mal irgendwie einen Lama rumstehen. Alles klar. Dann kann das mal raus. Und dann starten wir jetzt mit dem guten Immersive Engineering. Wir brauchen eine Railgun, um den Stern zu bauen. Wir müssen zuerst mal so einen Hammer bauen. Habe ich auch teilweise schon gemacht. Und dann kriegt man das komplette Guidebook. Und dann machen wir so einen Common Reward. Kann ich ja mal mitnehmen. So. Dann als nächstes Building Multi-Block. So, jetzt geht das wieder los. In dieser Mod werden wir verschiedene Multi-Block-Maschinen bauen müssen, um die Ressourcen zu bekommen, die wir brauchen. Du wirst lernen, wie man die baut, indem man bei der Schwere Maschinen im Kapitel in dem Handbuch nachschaut. So. Die sind gemacht von einigen Kernblöcken. Es gibt leichte Engineering-Blöcke und Redzone-Engineering-Blöcke. Und jede schwere Maschine wird eine verschiedene Menge von Blöcken dieser Anzahl brauchen. Also sollte ich relativ viele davon craften, die brauchen wir nicht häufiger mal. So. Jede Multi-Block-Maschine muss man einmal rechts gehen mit Engineer's Hammer, um das Ding dann in eine Maschine umzuwandeln. Und die brauchen auch Strom zusätzlich. Ja, aber das kriegen wir ja hin. Also ich könnte ja mal ruhig mal jetzt hier hingehen, ne. Und einfach mal in diese Blöcke reingehen und dann mal gut auf Vorrat produzieren und so. Weißt du, Stahl haben wir ja genug. Ich glaube, ich habe das zuletzt in Ceftec Ages mit Kev gebaut, wenn ich das richtig im Kopf habe. So, und dann kann man hier dann wahrscheinlich Fermenter machen. Refinery. Duraplast Sheets. Und dann geht es zu Raygun und auf der oberen Seite haben wir das gute alte Creosuit Oil. Da brauchen wir wahrscheinlich wieder einen Coke Oven. Genau die Klassiker, wie wir sie schon früher kennen. 3x3 mit Multi-Blöcken. Und es gibt von Thermal Series was, aber es gäbe auch natürlich von Immersive Engineering jetzt das Creosuit Oil. Dafür brauchst du den Coke Oven. Und da würde ich einfach mal sagen, den können wir mal bauen hier. Und da musst du wahrscheinlich diese, können wir ganz kurz machen. Add Immersive Engineering und dann jetzt Coke Oven. Hier haben wir das doch. Coke Bricks. Davon gehe ich mal aus, dass wir die brauchen. Und den muss ich dann mit einem Hammer rechts klicken, wenn ich 3x3 gemacht habe. Und dann entsteht da so eine Struktur. Vermute ich mal, dass es immer noch so ist. Leute, ich würde mal hier rüber gehen. Wir bauen mal die Feigen hier ab. Damit die einfach mal weg sind hier und so. Und ich werde die Fläche nochmal mit Erde auffüllen und in eine kleine Area machen für Immersive Engineering, Maschinen und Stuff. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann gucken wir, ob wir so einen Coke Oven hier gebaut kriegen. Leute, da steht der Coke Oven. Also es ist solide. Ich habe geguckt, innen ist auch ein Block gesetzt worden. Und wenn ich jetzt hier mit dem Engineer's Hammer, kannst du recht billig craften mit String und Eisen. Da sind jetzt wieder neue Mod an den Anfängen. Das geht recht simpel. Zack, da haben wir unseren Coke Oven. Und wenn wir dieses, ich glaube, das hier kann ich weg machen. Wenn ich jetzt dieses Öl haben will. Also einerseits hier kann ich mal ganz kurz. Ne, Bucket of Create. Das ist ein Create Rezept. Ich will aber nicht das Create Rezept. Ich will einfach nur, kann ich das so rüber machen. Okay, mache ich manchmal so rüber. Und dann hier die Cold Coke von Immersive Engineering. Können wir auch rüber gehen. Damit ich hier oben parat habe. Um dieses Zeug jetzt herzustellen, muss ich da entsprechendes verbrutzeln. Und zwar normale Kohle im Coke Oven. Da gibt es dann das Öl raus und Dings. Sag mal, musste man nicht früher mal so ein spezielles Holz weghauen? Treated Wood oder sowas? Oder war das für was anderes? Naja. Brauchen wir dann vielleicht woanders. Vielleicht kommt das ja noch nicht. Wie gesagt, das ist zu lange her. Ich habe das links alles wieder vergessen. Gehen wir mal rein. Holen wir mal hier die Kohle. Schmeißen die Kohle rein. Und dann lassen wir das durchlaufen. Und dann können wir jetzt im Hintergrund hier nochmal Buckets holen. Und dann habe ich jetzt gleich diesen Bucket und auch die Kohle und so. Und dann passt das. Ich lege mal die Eimer da rein. Wenn genug drin ist, kommt es raus. Und hier kommen wir dann die Cold Coke. In der Zeit, während das wurzelt, gehe ich an der anderen Stelle weiter. Und ich sorge dafür, dass wir die Blöcke hier zusammen kriegen. Wir können mal gucken, dass wir hier in Massen mal Zeug machen jetzt. Weil ich glaube, Eisenplates. Habe ich ja schon wieder ein bisschen übertrieben fast, oder? Wenn ich nochmal weiteres Iron nehme. Hier, wir haben ja zwei Eisen oder sowas. Wie war das? Da auch nochmal Ironplates. 29. Okay. Machen wir weiter mit dem nächsten Hammer. Den haben wir hier. Und ich würde auch mal ein paar neue craften. Und Fäden kriegen wir ja hin. Oder Strings kriegen wir hin. Dann nehme ich jetzt wieder die Flux-Dinger. Ne, Hemb-Teile. Hemb war es, nicht Flux. Nehmen, craften wir mal ein Stack. Zwei Stacks, okay. Und jetzt kann ich hier wieder neue Hammer mitziehen. Die braucht man anscheinend immer. Die gehen immer kaputt. So, zwei sind im Inventar. Darf erstmal da bleiben. Hier kommt ein bisschen was zusammen. Freut mich. Dauert aber Ewigkeiten. Da würde sich so eine Time in the Bottle schon wieder lohnen. Da habe ich mal geguckt. Sag mal, hallo? Läuft das überhaupt durch hier? Oh, jetzt. Ah, jetzt ist durch. Ich wollte gerade sagen, die Flamme, die geht runter. Irgendwie. So, Cold Coke habe ich erst schon mal im Inventar. Ne, soweit so gut. Das war, wenn es mir kommt. Aber jetzt dauert es eine Weile, bis es noch mehr kommt. Egal. Wir machen Multi-Block Structures. Fluid Pipe. Machen wir mal 16. Redstone Engineering Block. Dafür brauche ich diese Iron Sheet Metal. Brauche ich auch wieder die Dinger, die irgendwie zusammengecraftet werden. Haben wir ja zum Glück ordentlich gemacht. Iron Sheet Metal. Machen wir mal. Ja, auch mal so ein paar. Wir brauchen ja mehr davon. Ne, dann Steel Fence. Davon habe ich schon immer ganz gut parat gehabt von dem Stahl. Wenn ich eine Steel Rod will, kann ich die übereinander platzieren. Lass mal jetzt zwei Stacks. Komm her. So, dann brauche ich die Steel Scaffolding. Da habe ich natürlich auch jede Menge Zeug parat. Jetzt wurden andere Stahl sogar verwendet, aber ist nicht so wichtig. Dann brauche ich hier diese Steel Mechanical Komponenten. Vielleicht mal 33, weil wir Stahlplatten vorher schon mal gemacht haben. Aber ganz im Ernst, ich würde hier ein paar mehr Stahlplatten nochmal nehmen. Und ich würde auch noch ein paar mehr Steel Ingels nochmal nehmen, damit wir noch mehr Stahlplatten wieder machen können. Das geht jetzt langsam ab wieder, Leute. Ressourcen of Doom werden ja weggehauen. Komm ja, Steel Plates, Steel Plates. Ja. Steel Plates en masse. Damit ich hier, weil ich glaube, davon brauchen wir nämlich sehr viele, immer mal so ein bisschen loslegen können. Okay. Dann haben wir jetzt hier außen nochmal Steel Sheet Metal. Da brauche ich auch noch ein bisschen was. Check. Und in der Mitte brauchen wir jetzt Electrum Ingots. Wird es Zeit für ein Electrum Seat? Ich glaube, ja. Ich habe vier Ingots. Ich habe blaue Essenzen. Aber ich habe kein Electrum, ne? Ich habe noch gar nichts davon. Ja, da seht ihr schon wieder, hier geht es wieder los. Vielleicht kann man die irgendwie, oh, hier herstellen. Brauche ich es überhaupt? Habe ich Silver? Habe ich Silver Steel? Oh Gott. Herstellungsprozess von Silber. Ich glaube, es hackt. Guckt euch das mal an. Abgelehnt. Ne, wir machen einmal so ein Seat jetzt einfach hier. Und das Crafting Grid ist doch schon wieder weg. Och nö, jetzt kommen mir so Krankheiten. Was soll denn das? Die ganze Zeit ist mein System nicht verfügbar. Das könnt ihr vergessen. Wie soll das denn funktionieren jetzt? Als ob ich jetzt alle paar Minuten das System nicht mehr verwenden kann. Ich glaube, es hackt. Gut. Ich habe ein bisschen rumgecraftet und geholt. Auch wenn die Anzeigefehler halt immer da sind. Man kann trotzdem craften. Man kann halt nur nichts explizit rausnehmen. Wir haben jetzt ein Electrum Seat vorne hingeknallt. Das heißt, wir können jetzt ohne Probleme jederzeit Electrum machen. Wie ihr gerade hier sehen könnt. Hier sind die Essenzen. Dann kann ich mal durchklicken hier. Über den Stack habe ich jetzt davon. 90. Reicht wahrscheinlich für alles, was wir brauchen. Ich habe das auch direkt genommen und halt hier diese Heavy Engineering Blöcke hergestellt. Ich habe alles da und die Quest ist dadurch erfolgreich abgeschlossen worden. Alle Blöcke verfügbar. Außerdem habe ich jetzt hier oben beim Creosud Oil einmal hier den Block abgewartet. Coal Coke rausgeholt. Und hier drin, da ist auch schon was durchgekommen. Ich habe drei Eimer von dem Öl gekriegt. Ich glaube, das musst du irgendwie mit Holz verwenden. Dann hast du dann Treated Wood und so. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Als nächstes gibt es hier ein Engineers Workbench nochmal oder unsere Maschine, der Fermenter. Ich würde sagen, wir gucken erstmal wegen dem Fermenter. Ich habe die Blöcke nämlich gerade im Inventar. Man muss diese Maschine jetzt bauen, damit wir Ethanol herstellen können. Und das ist der Fermenter. Und dann kann ich mal in das Buch reingucken. Bei Simple Machines. Nee, ich glaube schon eine Heavy Maschine, oder? Fermenter ist eine Heavy Maschine. Hier sieht man, wie das aussieht. Und ich glaube, es gibt noch eine Möglichkeit, das irgendwie in der Welt auch anzeigen zu lassen mit einem Projector oder irgendwie was. Also ich kann mal ganz kurz gucken. Bei Add Immersive und dann Projektor oder so. Haben wir da eine Möglichkeit. Wahrscheinlich mit den Blueprints, oder? Nee? Irgendein Item gab es, glaube ich, wo man auswählen kann, was man baut. Damit man überlegt verliert. Dann kannst du die Blöcke einfach reinsetzen. Vielleicht weiß es ja der Chat. Ja gut, ne? Chat meinte, Seftec Ages damals, das war schon so ein Holo Projector. Aber der war von einer anderen Zusatzmod, die hier nicht mit drauf ist. Also ich weiß es halt jetzt gerade auch nicht mehr. Dann ist es wohl so, dass wir einfach das Buch nehmen müssen. Und ich muss mir merken, was hier abgeht. Also bei Tools habe ich hier auch nichts gefunden. Heavy Machinery, Fermenter. Und dann gucken wir mal. Hier unten sind halt dann jetzt hier die Stahldinger. Ja, ich werde jetzt ein paar Mal einfach reingucken. Und wahrscheinlich starten wir am besten hier einfach mit so einem leichten Lock. Und dann die Steel Scaffoldings und Frames außenrum. Irgendwie sowas, ne? Aber da ist auch nur zwei Blöcke. Zwei nach rechts und einmal um die Ecke. Das müsste so richtig sein. Dann brauche ich hier drin nochmal die zwei Fluid Pipes. Dann habe ich die unterste Ebene fertig. Dann brauche ich zwei Kessel drauf. Ne, vier Kessel sogar. An die Seite kommt ein Redstone Block. Dann gehen wir auf... Ich meine, ich habe hier gerade Connected Cauldron. Die kommen eins, zwei, drei, vier hin. Da kommt nochmal so ein Block drauf. Okay, und dann brauchen wir jetzt ansonsten nur noch diese Sheet. Iron Sheet Metal. Eins, zwei, drei, vier. Und jetzt gucken wir mal, wenn wir den Hammer usen, ob das richtig war. Ah, der Fermenter. Passt das denn so vom Aufbau her? Ich bin überlegen. Das sieht so aus, als wenn ich den eigentlich noch ein bisschen verschieben sollte fast. Das sieht aus, als wenn hier Power reinkommt. Aber Power würde ich nach hinten drehen. Also ich baue den nochmal ab und rotiere den oben 180 Grad und setze noch ein bisschen nach rechts. Oder wir machen einfach auf die Rückseite hier. Gehört in dem Sinne, haben wir jetzt auch hier drüben direkt die nächste Maschine gebaut. Sehr schön. Und hier haben wir das jetzt so. Wenn das ein Output ist und das ein Input ist, dann haben wir hier hinten den Output. Und hier wird auch nochmal ein Input von dieser Seite kommen. Der Output geht dann hinten raus. Und hier kommt dann Strom hin. Ich glaube, ich habe die ein bisschen... Ich kann auch hier so einen kleinen Weg noch dazwischen machen, dass man irgendwie hier reingeht. Ist ja auch egal. So, das sieht aber schon mal nicht schlecht aus. Hier müssen wir... Da habe ich leider falsch geklickt. Das Ding ist abgeschlossen. Jetzt brauche ich noch Silberplatten. Und ich bin mir nicht ganz sicher. Wie war denn das mit Silver? Habe ich viel Silver? Ne, ich habe Silicon. Aber Silver habe ich... Ja, schon wieder so gut wie gar nicht. Also ich glaube, wir sollten auch nochmal einen Silver Seed machen, bevor wir irgendwie weitergehen. Und alles wegballern. Was brauche ich dafür? Einfach nur vier von den Ingots. Von All the Ores. Ich hoffe, es geht auch anderes raus. Ja, wir müssen ganz dringend Silber-Ingot machen. Gut, da sind wir. Wir haben die Silberplatten am Start. Der Silber Seed und alles, was wir brauchen. Kann ich wieder wegmachen, kann ich wieder wegmachen, kann ich wieder wegmachen, kann ich wieder wegmachen hier oben. Ich muss das Zeug auch nicht anpinnen. Wenn ich das nicht regelmäßig brauche, das belegt nur Platz. Ja, dann haben wir die Teile hingekriegt. Und dann kann ich dieses Acetal oder Acetaldehyd machen. Und im nächsten Schritt brauche ich Duroplast-Sheets. Jetzt muss ich eine zweite Refinery machen, um das zu Phenolic Resin zu machen. Wenn ich das gemacht habe, muss ich die letzte Multi-Block-Maschine machen, die Bottling-Maschine. Und wenn das gebaut ist, kann ich den Resin mit einem Eimer da reintun, in diese Bottling-Maschine. Mit der Engineer's Workbench können wir so eine Plate-Mold machen, auch noch irgendwie draufhauen. Mold will fill with resin and give you a Duroplast-Sheet. Und den Duroplast-Sheet, den brauchen wir dann wahrscheinlich hier irgendwie, um das herzustellen. Hier, in der Engineer's Workbench können wir dann diese Advanced Electronic Komponente erstellen. Und das ist ja das, was wir brauchen für die Rager. Aber die Engineer's Workbench haben wir noch gar nicht. Bevor ich jetzt noch meine zweite Refinery setze, um das Teil, gucken wir erstmal bei der Engineer's Workbench. Die sollte ich auch mal machen. Dafür brauchen wir Treated-Wood-Slabs und generell Treated-Wood-Planks. Können wir irgendwie mal, genau, den wir mit einem Eimer hier hingehen und andere Planken einmal anklicken. Dann machen wir jetzt das Treated-Wood erstmal. Dafür holen wir uns Oak. Ich glaube, davon habe ich noch ganz gut hier drin. Sehr schön. Und dann gehe ich einfach mal hier so hin. Dann mache ich einfach mal das hier weg. Oder kann ich auch Stämme nehmen? Ich probiere es mal mit Logs. Okay. Ist das dann besser? Ne, leider nicht. Dann eben die Planks. Da. Okay. Dann können wir das weg machen. Dann mache ich nochmal einen zweiten hier hin. Sehr schön. Und dann können wir einmal hingehen, die Immersive, das Teil mal zur Seite packen. Und dann brauche ich Engineer's Blueprint für Metal-Press-Molds. Und dann hier einmal das. Dann habe ich die Engineer's Workbench ist ready. Die kann ich da nicht hinsetzen. Und dann können wir das hier so ein bisschen besser steuern. Ich würde die vielleicht sogar, krasse Partikel, hier so hin platzieren. Und jetzt machen wir die Engineer's Blueprints. Die werden ein bisschen anders hergestellt. Einmal so ein Sheet. Und dann hier oben so ein Sheet. Aber ich muss erstmal Lapis oder, ne, Blue Dye nochmal herkriegen. Blauer Farbstoff hat gefehlt. Und oben hat nochmal ein Aluminium-Inget gefehlt. Ich hoffe, wir brauchen davon nicht so viel. Aluminium. Ich habe nur zwei Stück davon in meinem ganzen Laden. Ja, das ist aber ein bisschen schlecht, ne? Aluminium. Aluminium Seed. Geht's überhaupt? Es gibt kein Aluminium Seed. Was? Ja, da muss ich leider jetzt mal ganz kurz hingehen, ne? Wir haben ja hier vorne noch unsere Mine. Ich muss ja auch nicht alles komplett übertreiben. So, ne, aus dem Motto. Ich habe alle Ärzte von dem Deep State Ohr erstmal geholt. Mache ich einen Stop, mache ich einen Reset, mache ich eine Config. Trag hier ein. Deleten wir nur Filter. Tag. Machen dann Hashtag Auras slash Aluminium Stern save. Dann kriege ich hoffentlich jetzt Aluminium Erz. Gehen wir zurück und starten den mal. Und dann fliegt uns hier Aluminium Ohr rein von All The Ohrs. Und dann habe ich jetzt kein Seed dafür. Dann hoffe ich, dass das reicht, was wir hier mal eben schnell produzieren. Okay? Aluminium Seed. Stone Breaker. Ich habe sogar zwei hier einmal. Stone Breaker Spitzackel. Und dann kann ich hier die Aluminium Teile mal setzen. Nehmen wir die Wand nochmal hin. Platzieren wir noch mehr von den Erzen. Gehen wir hier hoch. Nehmen den Stone Breaker mit Fortune das abzubauen. Das könnte ich sogar jetzt noch wahrscheinlich einmal mit so einem Hammer, den wir hier haben, zu Dust verarbeiten. Verdoppeln, verdoppeln, verdoppeln. Oder so. Und der Aluminium Dust, den jagen wir jetzt einmal hier durch die Smelt Reed durch. Dann habe ich ganz viele Ingels. Dann hoffe ich mal, dass das Aluminium erstmal reicht für alles, was ich brauche. Gut. Jett sagt auch noch, Aluminium Seed gibt es. Aber irgendwie habe ich den. Aluminium Seed. Jetzt ist er da. Vielleicht habe ich mich da vertippt. Ist aber auch egal. Man weiß sich einfach immer selbst zu helfen. Wenn ich mehr Aluminium brauche, weiß ich es, wo ich es herkriege. Aber für das Erste brauchen wir das nicht. Deswegen klicken wir jetzt einfach nur hier drauf. Und zack, wir haben auch diesen anderen Blueprint. Und damit sollte jetzt die Quest eigentlich abgeschlossen sein. Tada. Sehr gut. Und dann müssen wir ein bisschen mehr machen. Jetzt haben wir das Öl gekriegt. Coal Coke habe ich auch. Und das muss ich jetzt crushen. Zu Coke Dust. Kann ich in jedem Crusher wahrscheinlich machen. Und wenn ich mal ganz kurz hier hingehe. Hier ist unsere Coal Coke. Und hier ist auch meine Crushing Factory irgendwo. Habe ich nicht noch? Hier Crushing, Crushing. Irgendwo habe ich noch eine Crushing Factory. Wahrscheinlich kann ich, also, einfach mal das hier reinlegen. Und dann, oh, aber sie geht gar nicht. Macht er gar nicht. Frechheit. Habt doch einen Crusher. Der Sag Mill. Da würde ich aber nur nochmal in Coal Dust rauskriegen. Ja, jetzt muss ich aufpassen. Das ist natürlich auch nicht die falsche Maschine. Nehmen. Hier, das würde, das würde gehen. Mit Create Crusher. Ne, und den Crusher. Ich schau mal. Vielleicht machen wir hier die Modiblockstruktur. Mal gucken. So, da sind wir auch schon wieder. Ich habe es hingekriegt. Coke Dust ist da. Ich habe jetzt mal die Mühe gemacht. Und alle Maschinen fertig gebaut. Ich brauche eine zweite Refinery. Den Bottler. Es sollte alles dastehen. Und ich kann jetzt hier oben in den Crusher das reinwerfen. Und hier vorne kommt dann das Zeug raus. Und die Teile haben kein Interface. Also, ich kann versuchen, hier reinzugucken. Keine Oberfläche. Das geht irgendwie einfach von alleine. Hör ich ein bisschen rein. Crush der. Vorne wirft das raus. Das war's. Chantmine, noch manche haben Interface. Okay, der hat sogar, der hat auch. Der hat auch. Und der Bottler wenigstens. Der Bottler glaube ich nicht, aber. Nein. Naja, aber das ist jetzt die eine Sache. Dann schauen wir mal, wie wir hier weiterkommen. Jetzt habe ich schon mal den Coke Dust hingekriegt. Der steht hier. Nein, was? Noch eine Maschine? Äh, muss ich ja den Squeezer bauen. Muldblock Structure macht Coke Dust in HOP Graphite Ingots. Und diese müssen wir dann runterschmelzen. Also diesen Graphite Dust, den müssen wir schmelzen. Und geben wir das Ingot raus. Und da kriegen wir dann wahrscheinlich diesen HV Accumulator her. Um das herzukriegen, brauche ich noch Redstone Acid. Ah, das kriegen wir da easy hin. Und dann haben wir alles für die Railgun oder so. Und hier muss ich halt noch mal gucken, ne? Mit den, mit den, mit den Teilen Metal Press Mold. Ob wir das irgendwie hinkriegen. Da brauche ich jetzt den Metal Press Mold. Äh, Wire Cutter und Steel Plates. Und ich glaube, das könnten wir auch recht easy hinkriegen, ne? Wire Cutter. Kann ich mir noch einfach craften. Dann hole ich mir Steel Plates. Dann gehe ich mal ganz kurz hier rein. Und jetzt habe ich hier die Metal Press. Das, das. Und jetzt kann ich mir das Richtige raussuchen. Was brauche ich genau? Ähm, ne, stopp hier unten. Ich brauche so einen Plate Mold. Aber irgendwie, ist das die richtige Metal? Ist das die richtig? Das sieht richtig aus. So ein Plate. Check. Und dann muss ich ein Duro Plus Sheet herstellen. Wenn ich auf der Bottling Machine das Resin draufgieße. Und dann kann ich mir so ein Sheet gießen in diese Form rein. Alright. Wir machen aber erstmal jetzt noch hier den anderen Squeezer. Und gucken, ob wir so ein Graphite Ingot kriegen. Damit ist die Maschine auch aufgebaut und an den Strom angeschlossen. Jetzt lege ich mir den Coke Dust rein. Und der squeezed jetzt hoffentlich hier raus. H.O.P. Graphite Dust. Aber der squeezed ein bisschen viel. Also das war jetzt nicht sonderlich billig, ne? Muss man ja schon sagen. Der hat jetzt einen von diesen Dust rausgesqueezed. Ich kann ihm mal die Reste hier nochmal durchhagen. In dem Ding 8 zu 1 ist die Conversion Rate. Müsste ich drei weitere noch bekommen. Das ging so richtig schnell. Jetzt habe ich vier davon. Und diesen Graphite Dust. Den muss ich aber nochmal brutzeln, oder? Dann habe ich die Graphite Ingots rausgekriegt. Wir haben es durchgesqueezed. Sehr schön. Auch abgehakt. Wenn ich jetzt das Teil hier herstellen will. Den könnte ich schon herstellen. Das ist ja eine Bauteil für die Railgun. Würde ich sagen. Packe ich ihn einfach mal hier rüber. Damit der Schnellauswahl drin ist. Dann würde ich nochmal gucken. Kann ich irgendwie Bucket of Redstone. Und dann fehlt nochmal Treated Wood Planks. Wir brauchen noch eine Aluminium Plate. Aluminium Plate. Entschuldigung. Oder ist ja egal. Geht ja beides. Und noch ein paar weitere Treated... Was sind die denn? Jetzt ist es aufgetaucht. Meine Güte. Die waren irgendwie verschwunden vorhin. Hab die nicht gefunden. Das Öl. Ich habe... Befürchte, das hat sich auf das andere gestackt. Also warum auch immer, ne? Oder ich habe es einfach wieder nicht gesehen. Das Übliche. Dann kriegen wir jetzt hier die Öldinger. Und wenn ich das richtig sehe, haben wir den Akkumulator fertig. Der steht. That's good. Dann haben wir das Teil komplett durch. Jetzt fehlt für die Railgun eigentlich nur noch eine Kleinigkeit. Das ist dann so ein Wooden Grip. Den kann man bestimmt aus Treated Sticks und Copper Nuggets machen. Das kriegen wir auch noch hin. Aber eins, was jetzt fehlt, ist das Duroplast-Ding. Jetzt müssen wir erstmal hingehen und die anderen Maschinen. Die habe ich ja nicht umsonst gebaut. Die haken wir mal an den Strom ran. Amulett of Concentration. Long cars become uninterruptible. Das ist schon wieder für Magie oder so. Aber ihr wisst, wir kaufen alles, was irgendwie nur geht. Holen wir uns mal ein bisschen was mit. Und tun das dann halt wieder ins Lagerzug. Ich glaube, ich muss jetzt keine Maschinen mehr bauen. Immersive Engineering sind wir. Gut. Voran und durch. Das heißt, wir tun die Maschinenzeug nochmal weg. Dann das Amulett weg. Pisten weg. Das brauche ich aber gleich jetzt hier. Ja. Die Emeralds noch. Und dann kaufen wir wieder den Dude leer. Schicken ihn weg. Und dann geht es direkt Voider. Da fahre ich doch mal aus, was ich muss nehmen. Alright. Weg. 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 Ja. Stromkabel. Die würde ich einfach jetzt hier ransetzen. Immer zwei Blöcke nach oben. Ich werde jetzt nicht an jeden Antango-Porter stellen. Könnte ich auch. Aber there we go. Und hier von der Seite einmal rüber. Und damit haben alle Maschinen Strom. Und wir machen jetzt mal genau das, was wir eigentlich sollen. Nämlich ganz am Anfang stellen wir Ethanol her. Und da kann man verschiedene Pflanzen reintun. Also wenn ich jetzt nach Pumpkin suche. Ich hoffe mal, dass Kürbis, dass das geht. Weil es halt von Vanilla geht. Dass wenn ich hier so einen Kürbis mal reinlege, macht der Ethanol. Kürbisse mag anscheinend nicht. Sugar Cane wäre gegangen. Okay. Dann machen wir halt Sugar Cane. Ich glaube, ich höre die auch brummen. Und jetzt kommt hier Ethanol hin. Sehr gut. Das Ethanol muss in die Refinery rüber. Haben wir so ein Aldehyd. Das da hier. Acetat, Aldehyd oder was auch immer. Da kommt jetzt hier Ethanol rein. Und ich muss noch eine Silberplatte anscheinend reinlegen. Wenn ich das richtig sehe. Hier Silberplatten als Katalysator oder irgendwie sowas. Jetzt haben wir die Silberplatten. Ich muss eigentlich alles wahrscheinlich nehmen dafür. Und hier kommt jetzt Acetaldehyd. Dann kommt das jetzt hier rein. Und das Aldehyd wandeln wir in der nächsten Refinery um in Phenolic Resin. Also werde ich jetzt hier genau das gleiche machen. Von der in die andere rein. Ich hoffe, der Output wird erkannt. Nee, weder noch nicht ganz. Es kann sein, dass wir mit dem Konfigurator. Ach, stopp, warte. Das ist noch nicht der Output. Das ist ein anderer Input gewesen. Wir können das jetzt hier machen, glaube ich. Nicht wieder falsch klicken. So. Das müsste jetzt hier rein. Ja, 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 ja. Und um dieses Resin zu machen. Kann ich auch wieder suchen. Res, Resin. Hier, Phenolic Resin. Warte, da wollen wir rüber. Da muss noch Öl wieder rein. Ja, kann ich denn, kann ich mit einem Oil Bucket, Creosuit Oil, kann ich das denn auch rechts klicken? Ich glaube, ich kann es rechts klicken. Hallo? Wir haben da. Ja, es hat geklappt. Und jetzt kommt hier Phenolic Resin raus. So, dann schmeiße ich nochmal den anderen Eimer rein. Okay. Dann gehen wir wieder rüber. Ich habe noch ein paar leere Buckets. Die kann ich oben rein dumpen. Da kann ich wieder ein neues rausholen. Das sieht schon mal sehr gut aus. Da kommt wieder ins Lager. Coke auch wieder weg. Und dann sieht das doch sehr gut. Oh, sehr gut aus hier. Phenolic Resin. Und das muss jetzt irgendwie zum Bot darüber. Ich befürchte gerade, ich sollte nochmal neue Pipes machen. Ach Gott, natürlich hier im Crafting drin, weil die sehen so aus, als wären die gleich schon wieder alle. 64, dann klicken wir auf U. Dann wieder 64, wir klicken auf U, Shift. 64, wir klicken auf U, Shift. Und dann habe ich genug Pipes drin. Und es sieht so aus, das müssen wir auch hier dann im Output machen. Und wo ist der Input von dem Zeug? Auf der Hinterseite, maybe. Dann müssen wir ein bisschen genau die Bedienungsanleitung jetzt anlesen. Insert the resin using a bucket on the machine. Okay, mit einem Eimer kann ich es machen. Ich brauche gar nicht mal eine Pipe. Mit der Engine is Workbench. Können wir eine Plate Mode machen? Die habe ich. Und die muss ich auf den Conveyor Belt werfen. Das heißt, ich vermute mal, wir können die jetzt hier irgendwie drauflegen und einfach werfen. Können wir das irgendwie... Der Conveyor Belt, der will noch nicht. Vielleicht muss ich das... Vielleicht muss ich ein Conveyor Belt daneben nochmal machen. Der da reinfährt. Und auf den, der reinfährt. Nicht auf die Maschine das machen, sondern... Ne? Wenn ich jetzt hier was draufwerfe, dann in... Ne? Also der funktioniert schon mal. Der fährt... Vielleicht bleibt das aber auch so liegen. Okay, vielleicht passt das auch schon so. Dann schaue ich mal, ob ich mit einem leeren Bucket... Bucket, leerer Bucket... Hier im Output... Oh, das hat geklappt. Da kann ich jetzt das rausholen. Wenn ich auf den Output klicke... Dann klicke ich hier irgendwie nochmal Input. Kann ich hier... Ne? Ach, jetzt fliegt hier jetzt hier mal der Eimer runter. Warte mal, ganz kurz. Das fliegt durch nicht. Hier den Einzel-Eimer. Ne? Wie kriege ich das jetzt hier rein? Weil das sieht doch nach Input eigentlich aus. Boah, das hat überhaupt gar nicht geklappt. Okay, Maschine steht wieder. Ich musste den Belt in die richtige Richtung drehen. Ich kriege es mit Eimer nicht rein. Also auch wenn es da steht, dass das geht. Bei mir geht es nicht. Ich kann aber so machen. Jetzt ist es drin. Und jetzt seht ihr auch schon, dass das da dargestellt wird. Und dann gucke ich mal, ob ich hier das Ding reinhauen kann. Oh, ja, oh, jetzt checkt der es aber. Und hier hinten kommt das Teil raus. Drauf droppen. Wir haben doch kein anderes Förderband gebraucht. Und jetzt haben wir noch die restlichen rausgekriegt. Das Resin füllt auf. So ein Gummi-Ding halt, ne? Schätze ich mal. Irgendwie so ein Plastik-Sheet oder so, der da reingeschmolzen wird. Ah, ja. Wenn ich es richtig sehe, Leute. Dann steht unser Railgun so gut wie nichts im Weg. Ich habe diesen Sheet. Ich brauche nochmal so Vakuum-Tubes. Die muss ich aber auch hier herstellen. Und bei Unterrezepte. Und dann sind wir gleich bei der Railgun. Naja. Hier müssen das Ding rüber machen. Das Ding rüber machen. Aluminium-Wire. Die kann ich einfach so kappen wahrscheinlich. Kriegen wir hin. Aber hier müssen wir nochmal mit dem Crafting-Components an den Tisch ran. Und dann brauche ich Copper-Wire und Nickel-Plate. Gut. Alles gecraftet. Alles gecraftet. Alles da. Wir legen los. Und das Ding hat sich jetzt hier nicht reingelegt. Weil natürlich schon automatisch die 4 Millionen Flugs aufgeladen wurden auch. Ja. Die Railgun ist fertig. Wir haben sie. Ich lege es auch hier rein, damit sie sich nicht auflädt. Das ist die Railgun. Damit haben wir von Immersive Engineering auch den Teil erledigt. Die Sache ist die auch wie bei den anderen Mods. Es gibt in Immersive Engineering noch mehr zu entdecken. Ich habe jetzt erstmal den Teil abgedeckt, den wir benötigen, um jetzt hier in all the Mods mit Immersive Engineering durchzukommen. Ihr braucht diese Maschinen hier, was ihr wo reinschmeißen müsst. Habt ihr alles gesehen und sowas. Aber ansonsten macht Immersive Engineering vor allem auch noch Dinge wie Ressourcen verarbeiten, crushen und sowas. Aber das ist ein Crusher. Da vorne ist ein Crusher. Es gibt verschiedenste Arten von Crushern. Weißt du, wir haben das schon aus anderen Modifikationen gemacht. Und mehr brauchen wir von erstmal nicht. Das ist kein komplettes Mod-Review immer, wenn ich das mache. Ich mache einfach nur mein Playflow von all the mods. Aber stelle zumindest dann die einzelnen Dinge mal so ein bisschen vor. Aber ich glaube, damit haben wir das auch schon. Ach, ach, stopp, warte. Wait, 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 wait. Ich muss die Raygun doch einmal ins Inventar nehmen. Dann lädre ich sie auf. Ist egal, wir dürfen das Crafting schon gehen. Damit wir natürlich das Advancement kriegen. Und dann kann ich hier durchgehen und einmal alles komplett durchclaimen. Dann habe ich hier einen Redstone-Side-Potion gekriegt. Dann Cooked Porkchop. Und ich hoffe, jetzt geht es ein bisschen noch zu den... Oh, ein Kürbisofen. Ein bisschen Eisen. So ein Kupferhammer. Alles klar. Dann Prudenzium Essenzen. Eine Hunter's Handgun. Die brauche ich auch noch für irgendwas, glaube ich. Dann hier ein Void-Upgrade. Wahrscheinlich von den Drawn. Ein Diamond-Side-Potion. Also komplett unsere Sandleiter. Und ein Flux-Plug. So, und dann haben wir, wenn wir das hier hingehen würden... Die Raygun, die ist da. Das Gravitational-Valget, die ist auch da. Das Ding ist da. Das Ding ist da. Jetzt fehlt noch die Singularität. Und von Create den Crafter. Wobei der Crafter aber halt auch nur Crafting-Arbeit ist. Gut, zum gewissen Teil halt. Und ich will ja nichts sagen. Aber ich glaube, so ein Wireless-Terminal ist auch easy. Als nächstes müssten wir nochmal hier die Singularität machen. Und ein bisschen Create. Und dann habe ich auch schon dieses Item fertig, was wir nötig haben. Die Lücke schließt sich jetzt hier aktuell, meine Damen und Herren. Ja, hier oben ist wieder ein bisschen mehr Crazy Stuff. Was ist ein Interactive Dragon Egg? Draconic Chunk von... Ah, da brauche ich Productive Bees. Ja, das ist das Beat-Zeug. Da müssen wir bei den Bienen gucken. Gaia von Botania. Und hier die Teile noch. Non-Hedgeable Dragon Egg. Ja, das kann ich aber craften. Also so ein Non-Hedgeable Dragon Egg. Weißt du, wir ziehen hier gerade durch, Leute. Zieh hier durch. Jetzt gehe ich hier in den Crafter rein. Da ist ein Non-Hedgeable Dragon Egg. Zack, ich habe es sofort. Gibt jetzt keine Quest dafür. Deswegen auch kein Advancement und so. Aber wenn ich das jetzt reinlegen würde... Ich könnte ja mal gucken, wenn ich den Teil hier mal nehme. Wie viel habe ich denn davon schon? Ich würde mal shiften. Ja, einen kleinen Teil haben wir davor schon. Ja, den Soul Gem habe ich eigentlich auch. Den haben wir hier. So. Empty Soul Gem. Empty Soul Gem. Der ist nicht automatisch reingezogen worden. Aber ein Piglet Chart Block. Easy. Hier drüben ist halt... Also ich könnte natürlich auch hier... So eine weitere Snow Queen Trophäen holen. Also drei insgesamt brauche ich, glaube ich, wenn ich das bei den Rezepten richtig gesehen habe. Wir könnten auch mal ein Twilight Forest und hier diese zwei von diesen Teilen holen mit einem Structure Kompass oder sowas. Und hier unten ist noch ein bisschen anderes Zeug. Also Botania müssen wir noch durchmachen. Aber fürs Erste... Ich bin schon echt zufrieden. Das ist der aktuelle Zwischenstand. Furnace Spook Glieder. Alles klar. Das ist der aktuelle Zwischenstand. Wir haben von sehr vielen Rezepten schon einen großen Teil immer mit abgehackt. Was haben wir denn hier? Okay, nee. Das sieht nach anderem Zeug aus, was ich noch nicht habe. World Eye. Naturist und sonst was. Ja. Muss noch Rituale machen und Zeug. Also das noch mal ein paar andere Mods. Master of Space mit dem Black Hole. Ein paar Sachen davon habe ich zumindest. Das muss ich aber in der Pressure Chamber machen. Von Nomadic Craft. Um dieses Pulsating Black Hole hinzukriegen. Aber auch hiervon habe ich schon einige Dinge, glaube ich. Die Lightning bekommen wir es ihren und Vile of Searing Expulsion haben wir auch schon fertig. Stable Warm Hole. Ja, da muss ich schon wieder in Okkultism rein. Weißt du, da werde ich geprankt. Hier steht nicht, dass wir das brauchen. Also Okkultism sagt nur, ey, du brauchst nur das hier. Aber wir brauchen noch mehr. Ja, wir brauchen auch hier noch mal halt hier so ein weiteres Ritual. Da muss ich dann, mache ich da noch mal in Ruhe oder sowas. Alright, aber dann sind wir erstmal durch. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wieder heute Progress gemacht. Und wie es weitergeht, bis dann. Okkultism. Ciao. 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 Vielen Dank.